Musik Nächster großer Schritt für den geplanten Industriepark Oberelbe. Die Unterlagen des Bebauungsplanes Nummer 1.1 liegen ab sofort öffentlich aus. Der Zweckverband der drei beteiligten Kommunen Pirna, Heidenau und Donau will den Bürgern so ein weiteres Gesprächsangebot unterbreiten. Den Auftakt lieferte eine Informationsveranstaltung in der Herderhalle. Wir sind ja jetzt vor dem wichtigen Meilenstein, das Baurecht im nächsten Jahr erreichen zu wollen für den Bebauungsplan 1.1. Das ist der Bereich in Pirna, Technologiepark Feistenberg, so heißt er im Titel. Und wir beteiligen in dieser Phase die Bürger und auch die Träger öffentlicher Belange in einem Zeitraum von vier bis sechs Wochen in etwa ist das und schließen das dann im September ab. Zum Auftakt der öffentlichen Auslegung bot sich den Anwesenden eine besondere Gelegenheit. Im direkten Austausch konnten Fragen an die entsprechenden Fachplaner gestellt werden. Ja, das verstehe ich und das ist mein Problem und das steht dann, dieses Hop-Over. Hop-Over ist die Herstellung eines Übersprungsmöglichkeiten über eine Straße für gehölzgebundene Federmausarten. Das heißt, es sind große Bäume, die an der Straße stehen und die im Grunde einen oben zusammenhängenden Laub- oder Astraum bilden. Der Gesprächsbedarf ist so gewaltig wie das Ausmaß des Megaprojekts. Aktuell konzentrieren sich die Planungen auf 105 Hektar Fläche am Pirna auf Heistenberg. Am Standort hätte der Baustart weitreichende Folgen für Umwelt und Natur. Zeitgleich aber würden auch neue Arbeitsplätze entstehen. Die regionale Wirtschaft somit gestärkt. Das Für und Wider dieser grundsätzlichen Punkte wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Das ist nicht meine erste Veranstaltung, wo ich mir das anschaue, ist ja klar. Ich sehe das auch mit verschiedenen Gesichtspunkten. Also man kann ja nicht nur immer gegen alles dagegen sein. Arbeitsplätze sind wichtig, keine Frage. Aber das sollte anders abgewogen werden. Als Anwohner ist Andreas Lange unmittelbar betroffen. Sein Einfamilienhaus liegt mitten in einem aktuell noch existierenden Kaltlufttal. Ob das so bleibt, weiß Lange nicht genau. Diese und weitere Fragen trieben den Pirna zur Infoveranstaltung. Die Fragen an sich wurden erstmal beantwortet. Aber es hat sich mein Eindruck verstärkt, dass zum Beispiel relativ wenige Messungen oder von den Istständen keine Messungen gemacht werden, sondern es werden Modelle gemacht an Computern. Das haben die natürlich, das haben die auch selber, sag ich mal, zugegeben, nicht unbedingt alles widerspiegeln, wie sich das am Ende dann auswirken wird. Des Weiteren kritisieren Ipo-Gegner die aus ihrer Sicht ungeklärte Finanzplanung. Seit Ende 2020 ist bekannt, dass Dona das Bündnis mit Pirna und Heidenau verlassen möchte. Ein dringend gesuchter Großinvestor ist bis heute nicht gefunden. Für Jürgen Opitz ist keines dieser Argumente neu. Als Vorsitzender des Ipo-Zweckverbands ist er seit fünf Jahren in den kleinteiligen Prozessen involviert. Opitz beschreibt sie als kräftezehrend und dennoch unumgänglich. Wenn man sieht, dass um einen herum die Demografie sozusagen ihren Tribut fordert, in vielen Gemeinden in Sachsen, in Sachsen überhaupt, dann muss man, wenn man seine Stadt wertschätzt, etwas tun, damit man nicht zu diesen Kandidaten gehört, wo eine Laterne nach der anderen ausgeschaltet wird. Und dazu sind keine trivialen Maßnahmen erforderlich, sondern sehr anspruchsvolle Maßnahmen. Dazu gehört auch die Errichtung einer ansprechenden Verkehrsanbindung. Um diese zu realisieren, laufen derzeit Gespräche mit dem zuständigen Staatsministerium für Wirtschaft. Der wesentliche Schlüsselpunkt ist ja die Abfahrt vom Zubringer, von der jetzigen 172a. Und dort ist es eben so, dass dieses eine Bauwerk im Zusammenhang auch mit der Grünbrücke einen sehr großen zweistelligen Millionenbetrag in Anspruch nehmen wird. Und dass wir hierfür zunächst als wichtigen Schritt die Finanzierung sicherstellen. Die Planer hoffen, in diesem Zug baureich zu erhalten. Bevor jedoch der erste Spatenstich erfolgen kann, muss eine weitere große Hürde genommen werden. Gemeinsam mit dem Freistaat muss der Zweckverband dann um millionenschwere Fördermittel ringen. Auch dort führen wir gerade Verhandlungen und Gespräche, wie man das dann zeitlich und finanziell alles eintakten kann. Weil eins ist klar, ohne die Fördermittel wird es gar nicht gehen, beziehungsweise sehr, sehr schwer, den IBO an den Start zu bringen. Der Bebauungsplan Nummer 1.1 liegt noch bis zum 29. September in den drei beteiligten Gemeinden aus. Darüber hinaus sind die Unterlagen auch auf der Homepage des Zweckverbandes einsehbar.